Ja, der hat schon so einen Dicken, ne. Ja, aber was bringt, wenn er dick ist, aber kurz ist? Man hat ja auch keinen Spaß dran. Nicht die Große macht das, sondern die ganze Wege von nach hinten, Alter. Das macht die Mädel. Also du brauchst jetzt nicht von dir auf andere schieben, nur weil deiner klein ist, ne? Ich weiß, ich meine, das kommt nicht auf die Größe an, auf die Technik, aber die können es ja auch nicht immer sein. So, wir müssen nach Kratz, Asch, was nach Kratz, Lümmel? Hast du was nach, das hört sich halt auch so richtig komisch an, ne? Hast du was nach Kratz, Lümmel? Lümmel, Kratz ist hier irgendwo. Lümmel, Kratz ist voraus. Ich hab nur noch was nach Salzburg, ich fahr ohne. Ne, mach doch, mach doch. Boah, geile Nummer. Lümmel, Kratz voraus. Gott, ist das behindertlich, ne? Ähm, ich hab mal, fährst du über Innsbruck oder? Ne, über Kratz. Über Kratz. Wenn mir jetzt sagt, ist es über München, Salzburg und dann Kratz runter. Ja, wir können auch anders rumfahren. Ja, wir können auch von unten, also. Wir können intern fahren. Lümmel kommt von Kratz und kommt von unten, alles klar. Ne, ich komm von, ich komm von oben. Äh, ne. Ah, Doppelpenetration, alles klar. Also quasi das Fahrrad, weißt du, Füße und Arme beschlachten. Nice. Also gesund ist das auf jeden Fall nicht, was wir hier über das besprechen. Nein. Fehlt nur noch, dass wir uns einweisen. Belastend. Ja gut, ich mein, äh, man erzählt ja viel, wenn er taglang ist, ne? Ja, eben. Und der Dackel ist schwar da mit lang. Äh! Nein, ich bin schon wieder offline. Nee. Tschüss. War nicht so toll, bis morgen dann. Knallte mir Internet rein, du. Und ich dachte, bei 1% hab ich gekriegt. Danke, du. Oh. Hallo, willkommen zurück. Welcome back. Lümmel, du weißt schon, wo du den Internet-Dingst da instecken musst auf dein Computer, oder? Auf seiner Kuppel? Da würdest du auch bessere Internets kriegen, Alter. Ja, hau mal rein, dein Lümmel. Ich bin zum Besten im Anschlag, der USB-Vort muss weg sein. Alter, du schwe- Alter! Sollt du mich schon vor schieben? Hab ich gar nicht jetzt. Äh? Nein, hab ich gar nicht. Nein, 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 nein. Arsch du, Alter. Wenn die Ziele draußen ist, Alter, ich gucke, ich... Jo, ich hab's auf Video. Jo, ich hab's auf Video. Ich hab Beweise, du. Alter, schiffst du mich vor. Ajo, abisch! Hast du nicht. Ich hab mich da Bratale, jo, Bratale. Hast du nicht, du. Hast du, hast du nicht? Hast du nicht. Nee, das ist Machmed. Ey, Achmed. Er lacht nicht. Nee, nein, nein, Machmed. Machmed? Ja, Machmed. Nicht Achmed, sondern Machmed. Er will seine Sache nicht. Ach, du lacht nicht. Was spitzest von hinten? Das ist quasi, lass er rein strömen. Lass mir ran, da, denn sie will ja, ne? Lass mir ran, da, denn sie will ja. Hm. Wie ist das denn mit Gernhard Rheinholzen? Ja, kann man auch. Oder Ramzi Hartmann. Ach, die kennst du auch? Ja, ja. Heiß begehrt. War schon ein bisschen ausgeleiert, aber naja, was willst du machen, ne? Ja, ja. Die alten müssen als erstes weg. Tut, tut nicht mehr so weh. Nee. Und dann gibt's auch noch reinstecken. Wo, wo, wo? Und reinlunzen. Ich zähle meinen Umsatz. Die LL 500. Oh, 667 Kilometer. Klar ziehen, klar ziehen. Wo fahren wir dann jetzt zuerst hin? Zu euch oder zu mir? Weil wir fahren jetzt vor mir. Ah, alles klar. Ich fahr nicht zu dir. Fahren wir zu dir oder zu mir? Wir fahren erstmal zu mir. Da fühl ich mich am Wulsten. Ja, das ist ein bisschen eng, ne? Das ist vertraute Umgebung da. Weiß er, wo er sich verstecken soll? Immer. Großer Penis rennt schnell, weiß der. Bele in meinen. Au! Läuft bei dir. Jo. Hat er jetzt gepiepst? Hat er jetzt gepiepst? Nein. Das war eine Hange, oder? Der Limmel ist in der Mitte. Da, wo der ihn gehört. Ja, wo ist er sonst bei dir? Hängt er an der Stirn, oder was? Wie Pimmelface. WALT! Du! Was ist denn? Warte mal auf den Creper. Wo ist er denn? Creper, Alter. Ich hab jetzt richtig Hunger auf Creper, Mann. Schön mit Nutella, Alter. Hält mir alles für den Arsch. Alles für den Arsch? Ich kitt. Ja. Ritt dich mit Schokolade? Ja, aber Flau-Warm, heißt er. Ja, dass sie da kalt rauskommt, glaube ich kaum. Ich mein, ich hab mir selber noch nicht in die Hand geschissen, aber naja. Mach Klapper, mach Klapper wohl immer so. Erstmal Konsistenz überprüfen, was hab ich denn gegessen? Das heißt, sie sollen anhalten, ja? Ja, ja. Das ist... Der Lümmel hat ein... Tankbild oder so. Ich bin richtig voll im Möhrenneig gefahren, Alter. Ja, hast du dich richtig eingedockt, ne? Ja, ja, aber weißt du wie? Hast du deinen Muttermund-Kontaktbolzen reingeschoben. Alter. Ich bin unschuldig. Alles klar. Hat Lümmel als Namens entschuldigt? Sagen sie alle. Ich glaube, ich sollte den extra wieder ändern. Was, der Lümmel? Mhm. Kannst du austauschen, oder was? Nee, das ist... Bisschen... Bisschen Glatzstreifen. Das... Oh... Das ist wie so eine Schraubstolle, weißt du? Und mit dem Zehner-Schlüssel eingesetzt und dann erstmal losgeschraubt. Yeah. Jetzt gehen wir von scheiß Zurichritz raus, du. Oh Mann, Alter. Ich will doch schneller fahren, verdammt. Äh, wo musst du jetzt hin? Äh, ich muss in den Werkstatt zurück, natürlich. Nee. Ich komme jetzt in der Autobahn. Ich, ich meine jetzt den dicken Lümmel. Ach, Mann. Ja, langsam langweilt es mich, ohne Schmarrn. Ohne Schmarrn? Ja. Die Lümmel. Jetzt hätte ich dich auch mal wieder gesetzt, oder was? Ja, du kannst sogar ein Strike kassieren, ne? Über den Namen. Also, ich werde nur von Steam gebannt, weil ich reiner Bullshit-Tease. Mich haben sie noch nicht gebannt, oder so ein Stückes. Glaubt, weil die nicht wissen, was das Scrape übersetzt heißt, ey. Hahaha. Was heißt denn das? Auf Deutsch übersetzt heißt Verrecke. Hahaha. Hier hat der Name wegen der Eko-Shooter. In der Eko-Shooter-Spieler, weiß er, und er jemanden umbringen, weiß er, dann passt es genau. Creper hat den Typ gekillt. Er ist verreckt. Also, Verrecken hat Verrecken gekillt. Also, denkst du. Ah, du bist da vorne, du kannst losfahren. 300... Ja. Da vorne seid ihr schon. Geil, 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 geil. keine zogen keine zogen ja geht doch fahr doch so schnell speichern ich habe auch eine hupe und jetzt schnell speichern knopf ich auch bei mir ist das nicht schnell speichern sondern lang speichern wow Alter! Alter! Der war knapp, Alter, aber... Der war gut. Ja, ich wusste nicht mehr. Rechts, links, hier. Wir dürfen mit 90 fahren, gell? Ja! Lass mich noch an, ein Pruck. Oh! Oh! Oh, ich schaue meine Pruck. Oh, ja, Foy! wo er macht der stress da hinten schreibe die so an jetzt scheisse eilig oder war guck wie der mich drängelte ich bin auf meiner spur ich schalte mich ganz links ich habe der letzte rechte das waren total große und schweren habt ihr es eilig oder was Guck wer echt raus der Sunnel kommt, guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal Jawoll Ihr könnt Alter hast du Lecks drin Ne ich tue schnell schweig Boah der kommt angeschlossen, der kommt angeschossen, der kommt angeschossen Boah alter zu glück hab ich kein Gas gegeben Na ja Da vorne sitzt er noch Ja Ja Da kommt ne Maut Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ich dräng mich mehr Scheiße rein, Alter Machen mehr Scheiße rein, Machen, Machen Hahahaha Alter du hast so viel Platz auf die rechte Seite häh Äh ja Hab ich Hahahaha Au, warf mir jetzt auch, tauch Oh, da hat es geschleppert, jetzt habe ich was verloren. Oh Mann, oh Mann. Alter Lümmel, was ist los? Bist du so beschäftigt, dass du so ruhig bist, oder was? Hm? Hm? Ich rück mal ein, ja. Ich rück mal wieder Action, oder? Und schnell speichern. Ey, machst du schnell speichern, oder was? Nein, verarscht den Arsch, weißt du? Ja, dann fahren wir auch. Ne, weil Speich bei mir auf einmal brrrr, ich dich vor Ort gekümpft hatte. Ich drück aber jetzt mal. Ich bin extra auf der linken Spur rüber, also bitte. Ey, ich fahr nicht hinter dir, das kannst du vergessen. Oh, da gibt Gas, da gibt Gas, da gibt was. Pass auf! Oh, Alter. Du willst jetzt mal Pony machen? Alter, wenn du das sagst, Alter. Oh, Alter, was hat denn das? Ah, da fahr doch 90, Alter. Ist das eilig, oder? Ja, wir haben uns immer eilig. Ich fahr 86. Und weck ich da. Der ist noch da. Schnell speichern, schnell speichern, schnell speichern. Bis ich wieder da bin. Schnell speichern. Ach komm, noch einmal geht's noch. Servus. Achdem, wie beide jetzt schnell speichern machen, der Donalds, der uns beide nein. Ja, wacht mal. Boah. Boah, Alter. Wow. Puh. Boah. Komm, noch einmal. Komm, noch einmal. Alter, das wird wirklich eine Ewigkeit, Alter. Ich fahr 88 Grad die ganze Zeit. Komm, lass dich durch. Komm, ich lass dich vor. Nee, du gehst vor. Wenn ich wieder in der Mitte sein. Schnell speichern. Schnell speichern. Ich fahr hinter dir nicht mehr. Schnell speichern. Schnell speichern. Schnell speichern. Und das ist fake, Alter. Bist du? Ich bin hinter euch. Ich bleib da auch. So geht's aber nicht, Alter. Wow. Alter. 100% schade gekriegt. Sag doch was. Ihr guckt hinten, weißt du. Und der... Boah, du Arsch, Alter. Richtig gewegt worden, Alter. Alter, der Schöne. Komm, guck ich wieder nach vorne. Steht der schon vor mir. Ich konnte nichts machen, Alter. Keine Ausweichmettlichkeit. Nix. Ich komm schon losfahren. Ich seh da vorne. Ah, Mann, oh, Mann. Boah, Alter. Jetzt kommt die so Neon. 43%. Wie viel? 43. Also ich hab 4. Ja, siehst du mal. Ich hab 84. Auf der Aufflieger und 10 auf der NLKW, Alter. Egal. Scheiße, du ich auch soll liefern. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Der kommt vorbei. Pass auf. Ey, du. Servus. Ein Bomber. Soll ich mal schnell speichern? Ja, mach mal. Das ist deine Ausfahrt. Mach mal. Mach mal. Schnell, gell? Ja, ja. War jetzt auch. So, jetzt bitte nochmal. Was ist denn hier runter, ey? Ja? Ne, wir müssen geradeaus. Ja. Was? Ach ne, du musst ja ... Egal, wir gehen da vorne jetzt gleich rechts rein. Ne, ich fahr bei euch weiter. Fahrt weiter. Und denn? Dann fahr ich zu euch. Hinterher. Ach so, ja stimmt. Fahrt da weiter. Wir müssen sowieso da vorne rechts. Und dann kommen wir genau in Salzburg vorbei. Ja. Dann ist es sogar ein kurzer Weg für dich. Dann bist du schon bei der Autobahn und nicht bei der Schnellstraße. Was will ich da? Was will ich da? Was will ich da? Boah, alter. Bist du zu eilig, oder was? Bist du zu eilig, oder was? Der scheppert gleich so dermaßen. Es kommt wieder rein. Boah! Alter. Boah! 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 Weiß ich alles. Boah! 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 Dein Ernst? Boah! 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 Alter, so viel Platz drüber! Ich hätte nur eine kleine Ritze gebraucht, alter! Ich konnte aber nicht weiter rüber, weil da war Spike! Nein, ich war nicht da! Nie! Also ich hab 5% Schaden, jetzt! User, join your channel! Ja! 92,27! Richtig geil, alter! Also echt, ich kann mich gleich in die Torte ploppen lassen! Alter, soll ich das einfach freuen? Boah! Boah, alter! Wollt ihr mich verarschen, alter? Hahaha! Alter! Ey, mir schießen schon die Finger, Alter! Ohne, jetzt! Schauf ruhig! Kuss auf K! Ja! Ja! Ist dein... ...Bahn aufgehoben? Ja, ja! Gut! Was macht ihr? Alles gut! Blödsinn! Blödsinn! Hahaha! Es ist alles wieder gut, Christian! Alter! Du, Krepper! Nachher wieder das andere Game! Irgendwann über der Abenteuer, morgen! Ja, ich... Ich muss ja kurz noch die Aufnahme da irgendwie mal fertig kriegen! Wann? Wenn wir das überhaupt schaffen! Also! Gott, alter! Also... Also noch hab ich 9% auf... Auf die... Wie viel hast du? 9%! 9%! Ja! Ja! Willst du 91% von mir haben? Dann hast du komplett unter... Hahaha! Hahaha! Ja, dann würd's da passen, ne? Also... Von daher... Ey, ich... Ich brauch schon ein paar Schatten von meinem LKW, kann ich dir auch rüber geben! Hahaha! Kann ich dir selber! Klar steig! Ich hab 27! Boah! Boah! Alter! Alter! WTF! Was ist denn das, Alter? Hahahaha! Dann aufhänge! Hahahaha! 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 Alter! Fallball, komm mal weg! Himself combined! Hahahaha! Jajajajajaja! Der tut du denn noch genießen, also, der warst! Hahaha! Haha! Hahahaha! Hahahaha! Alter, ich könnte immer bisschen abnehmen und wir noch rein Donners console! Hahahaha! Hahahaha! Ich ey, jetzt geht wieder! Also jetzt hab ich 31. 30 Hä? Achso, der hat meinen Auftrag abgebrochen, oder was? Ich habe ihn abgebrochen jetzt, ja. Achso, okay. Auch für den Arsch, Alter, oder wie? Äh, ich bin in Salzburg, Jungs. Okay, wir kommen. Ich habe 100 Prozent. Ging nichts mehr. Ich fahre weiter in den Limmel. Ich komm, ich bin gleich wieder bei euch. Gute Fehlfunktion. Du hast auch fünf Spuren, oder? Ja. Wir sind doch jetzt kurz vor, seit kurz. Alter, habe ich denn ein Panzershellkab oder was, Alter? Dein 30 Prozent. Echt so schön. So, jetzt kann man so weiterfahren. Gehst du mit deinem Getriebe? Ja, ja. Wird schon gehen. Motto Fehlfunktion. Jetzt bleibe ich, jetzt muss ich da bleiben. 34. Ja, ich bin auch leer. Total Tuti. Oh, 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 meine Getriebe. Alter, du bist ein blöder Hund, doch. Alter. Ja, jetzt bist du am Wacken. Jetzt saß du den Arsch unter die, unter die Straße. Ja. Ja, ich lass mich mal abschleppen, würde ich jetzt mal fast sagen. Boah, Alter. Teuer, ich bin bei 100 Prozent. Bei mir ist total alles auf 100. Alter. Alter. Also, die Straße kann ich auch in die Tonne schmeißen. Also, das heißt, wir haben schon den Ziel geschafft. Boah, Alter. Jetzt ist das zu teuer, Alter. Es wird zu teuer. Uh, unter 2. 200. der Auftrag kann ich in die Tonne kloppen. Und dafür muss ich noch 12.000 zahlen. Pfff. Das ist nicht mehr einen Cent wert, die Scheiße. Jetzt anständige Parken. Ja. Ich kann mich halt gerade nur nicht reprieren lassen. Das ist gerade mein Problem. Ich stehe auf dem Ding und kann nicht. Was? Wo stehst du drauf und kannst nicht? Weißt du, man setzt sein Headset wieder auf. Das erste was man hört. Ich stehe da drauf, aber ich kann nicht. Was? Ich konnte mich nur nicht reprieren lassen. Belastend. Also, die Tür war am Ende für den Arsch. Was? Die war doch gut. Ja, ja, war gut. Wo sind die Aufträge? Die haben wir schon abgeliefert. Ach so, so schnell. Ja, wir sind halt... Das ist halt Fachpersonal. Das ist halt ich AG. Was du da machst, das wollen wir ja gar nicht wissen. Also, meine Freunde, das war mit der Folge von Aero Truck Simulator 2 mit Lubinus Weike. Danke, dass du dabei wartest. Immer gespannt, was das wird. Du Scheiße. Du Scheiße. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.